So, Friedung Level 22. Äh, Undauerwiedung. Okay. Was auch immer das für mich heißt. Ich habe hier schon mal so einen komischen Schalter. Oder auch nicht. Ach, hier haben wir einen Schalter. Oder auch nicht. Hä, muss ich Krieg schießen oder was? Wow. Ja, wow. Okay, ist ja schon wieder nett. Oh Gott. Äh. Was erwartet uns jetzt? Wo ich so gut raus kann. Ach da. Fuck. Oh, Alter. Oh nein. Ich muss also direkt rausrennen. Oh Gott, die Torf. Oh Gott, die Torf. Oh Gott. Oh Gott, die Torf. Komm mal. Oha. Ah. Ich nachgeladen, oder was? Ich war nachgeladen, ich durfte nicht. Okay, ich muss ein bisschen flexibler sein. Ah, Mann, ich werde immer überall hängen, das geht so gar nicht. Nein, 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 das funktioniert so gar nicht. Alter, ich weiß gar nicht, was ich hier machen wollte. Woher musst du jetzt schon wieder her? Alter, ist das die Schwerde mit. Da kriegst du echt schon wieder her. Da kriegst du schon wieder. Ach ne, und noch ein Arsatron. Ach lecker. Da kriegst du einfach mit deiner Kacke. Zukunftskarte. Ähm. Ohne Shotgunner. Ist das schon wieder ein Träumchen hier. Geht das schon wieder Tür auf und zu? Ich hätte doch hier schon wieder Shotgunner. Ah, der wäre dann erledigt. Ab zum nächsten. Das wäre dann... Ah ja, Joga. Noch eine Spinner? Gute. Aha. Gute. Glaublich. Okay. Gegen Spinnen ist der Diener vielleicht ein bisschen effektiv. Äh. Außer natürlich, ich stehe voll daneben. Gute. Geht doch. Nein, wie geht der halt. Und hier ist Lava? Das ist bekanntlich nicht gesund. Ah, ok. Wo gehts jetzt weiter? Hier ist das zu. Und nicht durch. das ist ein blauer schlüssel wo ich offiziell nicht ran kann ähm, wir gehen weiter, wenn er von ihr fahren kann hä? ach nee, ich muss ins laber, oder? ach man, Leute, ich hasse sowas lass da hinten bitte auf sich ah, ja, es war kein, äh, kein, kein Anstieg, was ich gehabt hatte aber das wäre ein Wegen am Bock ich versuche mal ganz fast, ob ich ihn nochmal raufstreckt habe, ohne direkt Schaden zu bekommen so, ist viel war noch nicht boah, das war fast gut, aber es muss die ah ja, das war auch scheiße, aber ich habe zuletzt ja mal wirklich keinen Schaden bekommen oh ja, soll der auch genehmig sein ah ja, schieß dich mal aus danke dachte schon, ich verpasse, ich verpasse den Bus oh, ich habe eine Treppe oh mein Gott so okay, proben wir mal, was da unten abgeht sieht sich schon wieder sehr unübersichtiger aus oh, alter das war ja mal wieder direkt nach dem Laden ich sag doch, sie sieht hier unübersichtlich aus ah ja, so klar Arschgeburt da sieht sich auch schon wieder noch Schmerzen aus so viele Minigunner hier ach, von hier gut, das tut scheinbar doch nicht okay da kann ich mich ja doch mal hier reinwagen in die Tierskunde aha oh, brauchen wir einen Schlüssel hier na gut na ja, habt ihr es nicht vergessen, Junge aha aha, jetzt bin ich hier okay gerne 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 oh da geht es definitiv mehr als hin danke, stopp dann lasse ich die erstmal hier liegen und ich gehe erstmal hier rein ach, du scheiße äh, was alter wie ist denn das jetzt hier möglich gewesen das war ja nicht zum Ziel suchen das war ja irreführend ich kann nicht mehr schießen ich brauche einen Grundkurs na komm her das war die Begratung wie mache ich hier eigentlich so, jetzt ruft ich hier auf auf jeden Fall tak, ich mach oh man du kommst weg und du kommst auch weg ich dachte, der echt geht hier hinter die Begratung durch den ich das ist so ein bisschen dumm oder so ah, da habe ich angefangen da kam ich runter jetzt weiß ich also zumindest schon mal, wo ich bin ich frage, ob ich hier aufmachen nein 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 ok, wenn ich mich noch nicht hier habe ich auch schon ausgeräumt ok das war das mit die Archer ich muss hier wieder raus die Frage ist nur, wo komme ich die Begratung hin? ich brauche den Schlüssel brauche ich den noch? und wie vor? ja klar rein bei der, bei der, bei der Tür bei der Tür bei der, äh dann muss ich wieder da lang Gott, Alter ah so, wo war das? das war da hinten genau oh Junge hat du kein Respekt mehr da kommt mal her boah ach du scheiße das war jetzt ein bisschen viel Lärm auf einmal oh, da ist jetzt noch mal so rotes Fliefe so der Rote Wiese wärmt also auch schon mal Geschichten ach so ach so, die sind da die sind da hinter dem Gitter gefangen oh nein oh, komm her komm her ich will dich ficken jetzt gleich hier ohne Gleitkrim ohne alles oh Gott, du Viecher wie auch ohne Gemeiß oh 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 soo hat das gehalten? oh 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 eck wollt ihr mich ficken ist es noch einer? oh Mann, Alter hat er hier gar nicht mehr aufgerufen fichern okay das scheint es gewesen zu sein die ruhig aus außer hier sagt das ist ganz gut ganz so gut so dass ich jetzt hier weiter Ja, der ist nur zu. Okay. Hier geht's auch nicht weiter. Dann geht's also doch erst noch weiter. Gut, nein. Ah. Das mit den ganzen Shotgun an. Hä? Ach, aber diese Leute, die kennen Shotgun-Drucken. Geizige hier. Ach so, das ist ein Schalter. Oh, nö. Ah, schuldigung. Hat sich jetzt hier alles geöffnet, wahrscheinlich? Gar nicht. Aber da hin. Okay. Hier auch nicht. Hä? Was hat das denn für die Filme getan? Ich bin der Dezent auf der Frachtus. Ah, okay. Gut, brauche ich erst mal nicht. Dich, dich kann ich mitnehmen. Oh, dann geht's jetzt hier weiter mit Shotgun. Oder auch nicht. Hier sind wir ja noch ein bisschen böse. Oh, nein. Oh, nein. Kein Arschwein. Äh. Ja, doch. Natürlich. Hallo? Hallo? Aber... Ey, wie kann man... Ich hab dreimal... Ich kann mal den Ding schießen, Alter. Ist doch schon... Ist doch schon hart traurig. Aber... Diese Dinge, die kommt von mir so an. Wow, das ist gut. Meine Fress, Alter. Ist das heftig. So ist es mein Juncker. Hallo? Oh nein. Nein. Äh, mal dieses Reihen-Teleportieren, ey. Da denkst du, da sind vier Gegner. Gut, dann hab ich alles. Und dann kommen da doch mal 20 weitere. Ja, ist ja gut jetzt. Na klar. Komm. So, ein Archerl ist noch drinne und dann muss ich wieder auf Barzola Feature spawnen. Oh, die haben wir umgelegt. Von wem denn? So, jetzt zugehen. Was ist das, genau? Hey, können wir dich nicht besiegen, oder was? Wird schon mal schöner hier, ey. Also, da. Aua. Soll ich dich bitte schon besiegen, wenn die nicht mal rauskönnen? Ah, komm, geht zu. Das wird ein heftiger Akt hier. Ich hab dich jetzt in der richtigen Anleidig. Ah, jetzt ist jemand hinten runter. Ich guck mir auch mal Spaß hier. Wer findet sowas eigentlich, ne? Das können doch nur Japaner gewesen sein. Nein. Das dann. Okay, da haben wir die rot-gelbe Karte. Hier haben wir was Blaues. Da ist irgendwann mal was Blaues. Und hier ist was Rotes. Ne, komm, für dich recht. Oh, das hier ist. Ach, du Scheiße. Okay. Damit hätte ich dann mein Ziel. Hallo, liegt da noch? Wo ist da eine Leiche? Vor allem ganz viel hier nicht. Wo ist das? Was? Ich habe schon wieder Lava. Achso, das ist der Füße, der von da vorne kommt. Ich kann euch auch gleich mal so ein Ding hier mitnehmen. Danke. Achso. Ich mache schon mal die Mäktion. Sehr gut. So, jetzt wieder über die Lava springt. Wobei, bei der Entfernung geht das? Oh doch, hat funktioniert. So. Auch mal. Alter, wie viel hat er denn gebraucht? Alter, wie viel hat er denn gebraucht? Alter, Leute. Ich kriege die gleich mal alle Sonderrabatten, ne? Klappe dazu, ach so, das sage ich gar nicht mal. Gut, jetzt auch noch mal Munition. Sehr schön. Oh, halt. Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Ich bin gefickt. Oh, ich bin wow, wow. Ja, klar. Ich renne jetzt mal ins Lava. Ich muss noch mal hier einstehen holen. Was? Ja, klar. das war ja wieder sowas von typisch aber weißt du was, komm ganz ehrlich wenn die mir hier sowieso schon sowas grobten, dann möchte ich das am besten auch hallo sie halten ihn da aus warum die Karten reinbekommen äh, nächster Plan so, nein meine Fahrer wieder ich hätte immer gut werden können ja, habt ihr recht sowas kommt von sowas jetzt klappt das natürlich nicht mehr sowas funktioniert immer nur First Try alter alter ja, komm jetzt ja, komm jetzt so, deswegen werde ich jetzt nicht aufsammeln da sammelt der automatisch vielleicht wieder beides drauf das ist auch genau das, was ich möchte so, das kann ich auch aufsammeln da da kriegst du aber auch Aids eh ist ja schlimm hier oh Gott, die Nächten alter Mann machen sie was? ja ach team ja ja Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was? So, dann kommt's mal weg. Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Ach, komm. So, dann komm ich da auch weg. Doch, komm ich. Jawohl. So, munition habe ich jetzt auch mal wieder ein bisschen aufkürzer mit der Weisung. Ich sag euch, ey, das ist eine Map hier schon wieder. Der kriegt sich durch den Fall. So, am Ende sind wir jetzt mal zum Teil bei dem haben wir sehr viele Raketen. Aber ich wünschte, wir hätten ein bisschen ein offeneres Kampffeld. Aber das Kampffeld ist jetzt wirklich echt eher durftig. So, jetzt können wir, achso, ja. Das ist genau der gleiche Weg, wie wenn wir so umladen hier laufen würden. Ja, das geht auch gleich, ne. Gut, dann geben wir also auf jeden Fall den äußeren Lecker. Ah, ne. Von da aus schießen wir jetzt. Das bringt gar nichts. Du musst so aufpassen, wie du schießt, damit ihr keine, ja, damit quasi nicht die Hälfte daneben fliegt. Du musst so aufpassen, aber du schießen ja, du willst, was hast du da? Du musst so aufpassen, was du da? Du schon mal an. Du musst dann wiederholen. Du musst, dann gehst du auf jerk, du musst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017